. Hä? Vorschleiche, oder was? Oh! Sollte man das ins Wasser machen? I don't know! Ja, fast, oder? Wobei es da schön hält. Ich mach's wie ein Cliving-Door. Oh! Dass die nicht ver... ...vertrocknen. Na ja. Ja, wer weiß, ob morgen da auch trockig ist. Na ja. So. There we go. ... 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 geil, die sind ganz so schlicht. Und warte mal, ich könnte es ja dreimal nehmen. Ich habe immer zweimal. Ja, die leirert vielleicht auch schneller aus. Ja, siehst du, jetzt habe ich dreimal. Optimal. Also so, da habe ich erstmal Ruhe jetzt. Voll geil. Oder mehrere Riegel. Jetzt kam noch nochmal so, ob das jetzt Petra dann nochmal ein Päckchen süß geschickt hat. Und beim ersten waren so Nüs dabei. Die testen wir jetzt gleich mal. Vegan, weißt du, mit Schokolade. Und eine Sorte Peanuts. Also das sagt mir, also ich kenne die nicht. Und so Riegel kennt man. Der klingt auch gut. HV Erdnussriegel. Und die hat so mehrere Riegel. Und war noch anderes, war noch viel Zeug dabei. Also herzlichen Dank, weißt du. Aber ich bin dann so offen, ehrlich und sag, wenn es mich nicht dunklt. Also das, ja. Ja, das ist, es gibt ja so Handbands. Egal wie du da drauf haust. Klingt immer schön, weißt du. Aber ja, das klingt halt für mich nicht schön. Und dann sage ich es und so. Und dann ist ja auch no problem. Kriege ich es zurück. Und fein. Also herzlichen Dank. Und die essen wir doch jetzt gerade mal. Zum Test. Habe ich extra aufgekommen. I've never eaten before. Oh, guck mal. Sieht ein wenig aus wie Rehkacke. Geil. Guck mal, so ein Verstreusel. Oh. Siehst du, hätte eigentlich ein... Ich wusste gar nicht, wie die aussehen. Klar, da vorne so, halt so ein wenig, ich dachte mehr so wie M&M's. Guck mal, ja so. Ah ja, was. Die sind aber geil, weil die auch nicht so süß sind. Die sind richtig geil. Also besser wie Rehkacke. Ein Riecheier. Also super. Siehst du, Volltreffer. Mit der Haargummi auch Volltreffer. Das, ja, mit Dank zurück. Aber ja, da freut sich ein anderer, weißt du. Das ist ja immer das Schöne. Oder für so ein Kind, weißt du, ein wenig so rumklimperisch. Das ist doch perfekt. Hm. Hm. Top. Den mach ich jetzt erst gleich auf, ne? Erst mal, nimm ich will ich mal mit aufs Natur mit. Ah, top. Dieter, oder Petra, könnt ihr mal schreiben, wo ihr die herhabt? Die hab ich auch noch nie gesehne. The Good Choc, Organic, Vegan, Fair. Sogar Fair. Ja, ich seh jetzt nix. Ja, ja, könnt ihr immer sagen, aus welchem Laden. Die feier ich jetzt. Also, weil ich hab früher, oh, ich hab Dretz. Die hieße ja Dretz früher. Ich hab die geliebt, Dretz. Hab immer Dretz, Schneegass. Na, mein Liebster, Dretz. Dretz und, glaub, saure Gurke. Also als Kind. Bin immer zum Bad, so eine ganz kleine Lade, dann hab ich Dretz gekauft. Oder, oder haben wir, mein Kumpel war immer, Dretz vielleicht noch Dritti. Auch im Winter haben wir immer Dretz gekauft, die, 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 die geile... Ja, was, die hat nur 20 Pfennig gekostet, glaub ich, so, Dretz, Himbeer, so, 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 Himbeerstangen, Eis. Dann haben wir im Winter, und dann haben wir, weil die so günstig waren, da haben wir ja im F5 gekauft, und, und, und... Dann sind wir runter zum... Ja, halt in den Wald irgendwo, und dann haben sie gegessen. Und saugrige Gurke, ja. Siehst du, die war... Das war ja... Ja, da war ja auch noch nicht vegan. Saugrige Gurke war sicher auch Gelantine. Und, und bei Dretz ist sicher Milch, oder M&M. Also, top. So, dann hab ich noch geschenkt bekommen. Jan, herzliche Dank, Jan. Guck mal. Das... Der Vorgänger, oder einer der Vorgänger von meiner Kamera, wo ich hab, aus Sony. AZ1, HDR AZ1. Und, und die ist, ist fast noch ein wenig kleiner, da hab ich gedacht, ja, ja. Also, er hat, er hat sie übrig, und, und hat gesagt, er benutzt sie mir. Ob ich sie nicht will, hat mir bei Instagram schon... Also, herzliche Dank, Jan. Ich hab sie jetzt noch nicht getestet. Ich teste die, und ich denke, die ist ideal als so EDC-Camp, weißt, wo du echt immer die B hast. Die könntest ja... Ja, die weiß ich noch, wenn sie kleiner ist, und ich weiß nicht von der Qualität, ähm... Aber ich, ich teste die, ich weiß auch nicht vom Wackelschutz, aber so, für, so Spontanaufnahmen, weißt, wenn irgendwo bist, und, und... Ah, schade, das kann man nicht, das wär, wär so ein Ding. Also, ich teste, ich teste auf jeden Fall. Der Akku ist, natürlich, wenn du kleiner bist, alles wenn... Ähm, ja, weniger, aber er hat mir noch ganz viel Akku mitgegeben, also, no Problem, voll geil. Und, äh, top, super. Also, ich freu mich. Herzliche Dank, Jan. Also, ähm, da hab ich sicher auch Verwertung. Also, ich schrieb's dann noch dazu, oder sag's dann im Video, wenn, wenn das mal mit der aufgenommen ist, oder wer. Ich mach da erst mal einen Test, und, ja. Und, normal, ich wollte noch Ladegerät kaufen, weil er hat da nicht dabei gehabt. Jetzt hab ich aber, da ist jetzt aber keine Card drin, äh, SD Card, aber ich hab so Ladegerät für, für die Sony, und die sind ein wenig fetter, und dann hab ich halt die, die Akkus da rein, und mit einem Zahnstocher, äh, weil die, weil die viel größer sind, mit einem Zahnstocher, so nah, und dann, äh, musst du nicht mehr kaufen. Also, das hat klar, das ist ein wenig fickrig, aber hat klar, also. Schön. Ja, das war's, ich wollte mich nochmal bedanken, auch bei alle anderen, äh, äh, für die liebe Kommentare immer, und, ja. Und auch so, mir, mir tut grad gut, die Auszeit, also, zu filmen, dass das mal, also, es kommen sicher wieder mehr, oder so, und sicher auch wieder ein Overnight, und alles, aber, so irgendwie, ja, das, äh, ich feier's grad auch voll, mal ein wenig so, ja, ohne Kamera, so im Wald, weißt du, dann so, so, dann ist es halt noch ein wenig entspannter, und, ja. Aber, es kommen wieder Videos, und, ganz klar, und es kommt eh noch Video, ähm, das sag ich noch, Lars, herzlichen Dank, Lars, äh, da kommt noch extra Video, ja, äh, das erzähl ich dann im Ding, gell, also, weil das ist separat, das, das ist der Hammer, Lars, voll geil, also, äh, das war's, oder, ich kann's dir vorstellen, noch ein Saufen, Alter, Geheimtipp, Nukau, ah, Nukau, vielleicht sind's thailändische, ja, ah, Nukau, Ja, wenn's schon klar, oft sind mir so Riegel, sind mir oft zu süß, selbst auch die Veganer, also, viel zu süß, oder, manchen auch mit so Tatteln, und ich mag Tatteln, wenn dann viel Nuss dabei ist, aber, wenn's, äh, oft ist mir so Zeug zu süß, weiß ich auch nicht, warum, weil ich gern, er ist auch nicht so gesund, so süß, aber, oh, 27% geröstete Erdniss, im Ofen gebacken, also, ja, testen wir's nächste Mal, gell, also, herzlichen Dank, macht's gut, see you for the tour, bye bye, he, he, und natürlich, freuen wir's, bei Ihnen. Und TYTisch, Und wenn wir uns hier fassen, porque hoo von der Bühne und ver recuerden dann in den nächsten Mal wieder, Und dann,